Andreas hat seit ein paar Jahren in einen Rentenfonds investiert, der in der Vergangenheit tolle Renditen erzielt hat. Nun liegen die Zinsen für Rentenpapiere auf so niedrigem Niveau, dass er sich, um seine Anlageziele zu erreichen, über Anlagealternativen Gedanken macht. Eva bekommt in sechs Monaten eine Lebensversicherung ausbezahlt. Sie möchte den Ablaufbetrag gewinnbringend wieder anlegen, aber wie? Die heutigen klassischen Lebensversicherungen werfen praktisch keine Zinsen mehr ab. Stefan ist auf der Suche nach einer renditeorientierten Anlagemöglichkeit für seine Sparbuch- und Termingeldguthaben. Dabei liest er auf seinen bevorzugten Newsportalen von Tiefständen bei den Zinsen auf Staatsanleihen und Sparkonten. Andreas, Eva und Stefan stellen sich die gleiche Frage. Mit welcher Anlagealternative können Sie Ihre jeweiligen Anlageziele erreichen? Unabhängig voneinander wenden Sie sich ratsuchend an Ihre Beraterin der Basler, Frau Kurz. Frau Kurz erklärt Ihnen, dass eine renditeorientierte Anlagealternative gemäß der jeweiligen Anlegermentalität durchaus möglich ist, wenn man frühzeitig auf die richtigen Trends setzt. Sie erläutert, dass die Fondsgesellschaft der Basler, die Balois Fund Invest, eine innovative Produktlösung, die BFI-Trendfolgefonds anbietet, welche versuchen, genau diese Trends zu identifizieren. Dafür werden die BFI-Trendfolgefonds mit einem computergestützten Handelssystem verwaltet. Dabei analysiert das System rund 20.000 Wertpapiere und Fonds. Die Investitionen erfolgen dann in die Fonds, die die deutlichsten Trends aufweisen. Das Investment ist somit frei von menschlichen Emotionen, wie beispielsweise Euphorie bei einem Aufwärtstrend oder Panik bei einem Abwärtstrend. In negativen Börsenphasen kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert werden. So können längere Verlustphasen vermieden werden. Wie andere Anlagefonds bergen auch Trendfolgefonds gewisse Risiken. Darunter fallen unter anderem die Bonität, Aktien- und Zinsänderungen sowie Währungsrisiken. Die breit gefächerte Investition kann außerdem dazu führen, dass sich Tendenzen einzelner Anlagekategorien verstärken oder dass sich mögliche Chancen gegenseitig aufheben. Die Folge dieser Risiken können Wertschwankungen sein. Frau Kurz fasst die Stärken der BFI-Trendfolgefonds zusammen. Mit einer hohen Flexibilität richten sich Investitionen ausschließlich nach Trends. Sie sind weltweit in den Märkten mit den besten Renditeaussichten investiert. Entsprechend den persönlichen Anlagezielen steht jedem Anleger von konservativ bis dynamisch eine individuelle Anlagemöglichkeit zur Verfügung. Denn die BFI-Trendfolgefonds gibt es in den Ausrichtungen conservative, balanced und dynamic. Und zudem bilden diese Fonds aufgrund ihrer Stärken gerade auch im aktuellen Niedrigzinsumfeld für jeden Anleger eine interessante Lösung. Nach dem Gespräch haben Andreas, Eva und Stefan ein gutes Gefühl. Mit dem innovativen Trendfolgeansatz hat jeder eine individuelle Möglichkeit gefunden, sein Geld anzulegen. Mit vielversprechenden Renditechancen und begrenztem Verlustrisiko. BFI-Trendfolgefonds. Chancen nutzen, Verluste begrenzen, um in jeder Börsenphase gelassen zu bleiben.